Bei unserer ersten Begegnung hat sie sich an mich angemacht. Sie schien sich so sicher zu sein. Ich war mir sicher. Er war so charmant und rätselhaft. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Gibt es etwas, das du wissen willst? Ich bin deine Frau. Ich weiß alles. Kannst du mir bei etwas helfen? Du sagst keinem auch nur ein Wort. Hallo auch. Wir nennen dich ab jetzt Lilly. Ich will dich zeichnen. Lilly. Wir sollten heute ausgehen. Zeigen wir ihnen mal was anderes. Lilly. Du siehst bezaubernd aus. Du bist anders als die meisten Mädchen. Deswegen möchte ich dich um Erlaubnis bitten, bevor ich dich küsse. Was genau ist gestern Abend passiert? Für einen Moment war ich nicht mehr ich. Für einen Moment war ich nur noch Lilly. Aber Lilly existiert nicht. Das war nur ein Spiel. Es hat etwas ausgelöst. Er hat sich verloren. Er braucht einen Freund. Ich will dir helfen. Ich denke, Lillys Gedanken. Ich träume. Ihre Träume. Sie war schon immer da. Ich brauche meinen Mann. Ich will meinen Mann umarmen. Ist alles in Ordnung? Es ist so. Ich glaube, dass ich eine Frau bin. Und ich glaube es auch. So eine Operation hat noch keiner gewagt. Du bist mein Leben. Du könntest sterben. Es ist meine einzige Hoffnung. Das ist nicht mein Körper. Ich muss ihn loslassen. Ich liebe dich. Weil du die einzige bist, die mich verstanden hat. Durch die ich, ich sein kann. Film.tv Untertitelung des ZDF, 2020